Ich sage Ihnen nur eins, wenn Sie einen richtig geilen Kutschaku wollen, den Makoto vollkommen unterbewertet hat im Herbst und der jetzt wahrscheinlich vom Herbst bis heute richtig, richtig geil wurde, dann müssen Sie den hier steigern. Im Rot fängt er gerade an, seinen Kutschakuhan, seine Mame auszubilden, sein Matsuba, wie man es auch nennt, und hat ein bisschen dunkle Brustflossen, aber das Rot ist eine Sensation, der Körper ist mega geil, der metallikfarbene Glanz ist geil, die rote Zeichnung kann sich sehen lassen, also in Summe echt ein richtig cooler Fisch. Zeigen Sie mal ein bisschen mehr von oben, Gesamt. Alright, alles klar, das ist eine Kaufempfehlung.